Wer lange muss ich hier mit offenem Mund erwarten? Denn mittlerweile bin ich völlig betrübt. Überhaupt, was machst du hier? Ja, du solltest unter Mause und Raste jagen. Du bist dumm. Weißt du, was für eine große Ratte ich letztes Mal auch gesehen habe? Natürlich, wissen wir es. Holen den Hund, der uns rettet, würden wir nicht mehr bleiben. Ihr prachtet wieder mit diesem tollwütigen Hund. Aber er ist der Einzige, der sich um uns um die ganze Farm kümmert. Du kommst hierher nur um Blinzeln und kostenlos zu essen. Ja, bist du nützlich überhaupt? Und wenn ich euch vor dem Adler rette, es spielt keine Rolle. Wann war das? Als du Eier warst. Und wer hat das gesehen? Deine Mutter. Na warte, Mutter kommt von Regenwurmabbau zurück und wir fragen, ob das du gesagt hast, wahr ist. Was? Ihr ist Regenwürmer? Sicher. Weißt du, wie lecker es ist, wenn wir seinen schlaubigen, saftigen Körper in unserem Haus hinunterschlucken? Halt die Klappe. Wenn du weiter sagst, werde ich gleich hier kotzen. Dann hat deine Mutter keine Mehl. Mehl? Was ist Mehl? Scheiße. Dieser verrückte Hund hat mich wieder betrogen. Was für ein Arschloch. Ja, du bist Arschloch. Machst von hier und komm nicht mehr zu beteiligen. Halt den Mund, ihr Schlammfeste. Geh weg und arbeitest du. Geh und werde ich meinen Sklau finden, weil ich als Gott geboren wurde. Was für eine Zeitverschwendung.